Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer ersten Veranstaltung nach der Sommerpause. Und ich freue mich, heute auch wieder einen gefüllten Raum zu sehen und viele bekannte Gesichter, auch alte Freunde aus dem Studium, da freut man sich immer sehr. Ja, vor 100 Jahren vollendete Thomas Mann seine Novelle Der Tod in Venedig. Sie befestigte seinen Ruf als Klassiker und sein Werk erlangte hier zum ersten Mal den Status der Weltläufigkeit, wie es Hans-Rudolf Vagy ausdrückt. In dieses Werk soll es nun heute also gehen und das Werk ist längst selbst natürlich ein Klassiker geworden. Nun ist über den Tod in Venedig viel gesagt und vielleicht sogar noch mehr geschrieben worden. Und eines scheint Konsens in der Forschung zu sein, dass sich die Venedigreise des alternden Schriftstellers mit Schreibblockade, Wurster von Aschenbach, als Hadesfahrt darstellt, die ihm nicht nur in die symbolische Unterwelt Venedig, sondern auch in die dionysischen Tiefen seiner Seele führt, bis er schließlich diesen Rausch im Tod erliebt. Frank Weyer will sich in seinem Vortrag dieser akademischen Tradition, also auch unter anderem den Lesarten der Novelle widmen und vielleicht auch, oder ich bin sicher, auch die ein oder andere in Frage stellen. Frank Weyer ist den meisten Gästen hier ja bekannt, eigentlich so als Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft. Er bekleidet seinen ehrenwerten Posten des Schatzmeisters, aber wenn er nicht gerade unsere Schätze hütet, ist Frank Weyer natürlich auch Thomas Mann, Forscher und als solcher ist er dann auch heute hier. Frank Weyer studierte Germanistik und Philosophie an der Heinrich-Heinem-Universität Düsseldorf und lernt dort zur Zeit am Institut für Kulturwissenschaft und Medien. Frank Weyer hat bereits einige Publikationen zu Thomas Mann vorgelegt und auch in seiner Magisterarbeit mit dem Titel Die Bedeutung Richard Wagners für Thomas Manns Zauberwerk beschäftigt sich mit dem Oeuvre Thomas Manns. Lieber Frank, wir freuen uns ganz auf den Vortrag. Ja, liebe Miriam, vielen Dank für die herzliche Begrüßung, liebe Mitglieder der Thomas Manns-Gesellschaft Düsseldorf, liebe Freunde, liebe Kommilitonen. Gustav Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem 50. Geburtstag amtlich sein Name lautete, ist ein Schriftsteller, der sich den Neoklassizismus verschrieben hat und dessen Werk sich somit durch ausnehmende Logik, durch Form, Schrenge und Würde auszeichnet. Der Tod in Venedig erzählt, wie dieser Schriftsteller auf einem Spaziergang durch den Englischen Garten in München den Entschluss fasst, als Kur gegen eine akute Schaffenskrise eine Reise in den Süden anzustreiten. Er reist nach Venedig in die Todesstadt Richard Wagners, wo er dem 14-jährigen Kladen Kaju begegnet. Dieses Musterbild antiker Schönheit veranlasst Aschenbach, Venedig auch dann nicht zu verlassen, als er erfährt, dass dort die Cholera ausgebrochen ist. Schon allein durch den Bezugskunkt Venedig, der Stadt, in der Richard Wagner nicht nur starb, sondern auch den zweiten Akt des Tristan komponierte, gelingt es Thomas Mann, wie in keinem seiner Werke zuvor, ein enges motivisches Geflecht zu spinnen, so dass es der Erzähltext immer mindestens auf zwei Ebenen abspielt, wie dies ab dem Zauberwerk für Thomas Mann zum poetologischen Merkmal wird, deshalb auch der Erführung des Klassikers in Venedig hier angesprochen hat. Hinzu kommt zum einen die Verbindung von Mythos und Psychologie, wie Thomas Mann sie in Freuds Abhandlung, der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva lernte. Zum anderen katapultiert der Autor seinen Helden Aschenbach, indem er ihn mit dem Sofa des Platons gleichsetzt, an den Scheideweg der abendländischen Kultur und der akademischen Tradition. Der Tod in Venedig stellt somit auch die Frage, welche Rolle der Bildung, der Dichtung, der Kunst und der Kultur in einer vorwiegend vom Platonismus und vom Christentum dominierten Abendland zukommt. Das ist ein kräftiges Programm für eine Novelle von 70 Seiten, doch die Technik des doppelten Bodens erlaubt es Thomas Mann, eine Novelle zu schreiben, die auf der auf der ersten Ebene und auf den ersten Blick alles einfach zu sein scheint. Der Leser begegnet hierdurch sowohl einem exoterischen als auch einem esoterischen Text. Die exoterische Lesart offenbart eine Erzählung, in der ein alterner Schriftsteller seinen homoerotischen Neigungen zu lange nachgibt, sodass er schließlich vom Tode heimgesucht wird. Er ist bereits zu schwach, sich gegen das didionysische Heimsuchung zu wehren und unterliegt seiner dekadenten Schwäche. Die esoterische Lesart offenbart ein intertextuelles Motivgewebe, in dem Aschenbach den Tod, den das bürgerlich repräsentative Leben bedeutet, entkommt. Durch den Rekords auf Friedrich Nietzsche und Richard Wagner stehen dann im Zentrum der Novelle nicht Dekadenz und Tod, sondern Vitalismus, Kreativität und entgrenzende Befreiung. Man liest auf diese Weise den Text gegen die Teile der Forschung, die in Wagner gerade den größten Repräsentanten der Dekadenz sehen und glauben, von Nietzsche hätte Thomas Mann in erster Linie den Perspektivismus, also die Entlarvenpsychologie und das Hinterfragen von ethischen Normen übernommen. Erscheint einem das Dionysische, also die rausshaft irrationale Macht der Natur, die für Vitalismus und Maßlosigkeit bei Nietzsche steht, Einmal als lebensweinlichen Rausch, der die Heldenmanns erfasst und vernichtet, hat man zwar augenscheinlich eine plausible Deutung, die aber letztlich immer nur sich selbst bestätigt. Philosophisch, psychologisch und kulturtheoretisch ist diese Deutung des Dionysischen allerdings haltlos. In der akademischen Tradition, in deren Licht natürlich auch die Thomas-Mann-Forschung steht, spielender Idealismus, ebenso wie die an Hegel geschulte Dialektik, die entscheidenden Rollen. These und Antithese, die zur Synthese führen sollen, historische Progressivität und Begriffsidealismus sind fürs Ersten die entscheidenden Merkmale wissenschaftlicher Disziplin. Antithetische Dualismen, wie Künstler und Bürger, Leben und Geist, spielen auch für Thomas Mann einige Zeit lang eine Rolle. Aber schon der 1911 beschriebene Tod in Venedig nimmt hier einen Kurswechsel vor. Denn die großen Polaritäten, die im Zauberberg nicht als Gastort noch entlarvt werden mit dem Satz, »Der Mensch ist der Herr der Gegensätze«, werden bereits im Tod in Venedig überwunden, in dem Thomas Mann uns davon Aschenbach ein Essay schreiben lässt, der ihm selber nicht richtig gelangt. Aschenbach ist, Zitat, »der Verfasser der leidenschaftlichen Abhandlungen über Geist und Kunst, deren ordnende Kraft und antithetische Beretsamkeit ernste Beurteiler vernochte, sie unmittelbar neben Schillers Räsonnement über naive und sentimentale Dichtungen zu stellen.« Und kann von ordnender Kraft und antithetischer Beretsamkeit bei Manns Versuch, die Polaritäten Geist und Leben, Künstler und Bürger, trennscharf voneinander zu unterscheiden, nicht die Rede sein. Synthesen, wie die Hegel'sche Dialektik fordern würde, gelingen ihm gerade nicht. Der große Bonus der 1914 bis 1918 entstandenen Betrachtungen... Das hat ja noch keiner geschaut. Ja, das ist hier, der hat sich hinter die Kulissen schaut. Das ist doch auch ein herrliches Thomas-Mann-Motiv. So, also. Nun kann von ordnender Kraft und antithetischer Beretsamkeit bei Manns Versuch, die Polaritäten Geist und Leben, weil das wichtig ist, wiederhole ich das jetzt einfach nochmal, Künstlertum und Bürgertum trennscharf voneinander zu unterscheiden, nicht die Rede sein. Synthesen, wie Hegel's Dialektik sie fordern würde, gelingen ihm gerade nicht. Der große Bonus der 1914 bis 1918 entstandenen Betrachtung eines Unpolitischen, das Buch von Thomas Mann, was den schlechtesten Ruf hat, ist im Gegensatz zur anderen Essayistik der Kriegsjahre, hat dieses Buch den Vorteil, dass das Verzetteln, Verwirren und Widersprechen zum Programm wird und die Betrachtung so zu einem frühen Zeugnis dessen, was man später Dekonstruktivismus nennen wird. Es ist in der Thomas-Mann-Forschung eine Tendenz zu beobachten, die in den letzten Jahren meiner Ansicht nach zunimmt und sich so langsam anscheinend zur Methode mausert oder mausern will. Man rückt zur Deutung der Werke Thomas Manns diesen mit seinen Essays auf den Leib. Bezeichnet ist, dass sich diese Forschung in der Regel um eine historisch-politische Interpretation der Romale bemüht und sich hierdurch selbst als humanistische Interpretation begreift. Thomas Mann urteilt über Teile seiner politisch-gesellschaftlichen Essayistik wie folgt. Zitat Erst in den 20er Jahren, in denen Thomas Manns essayistische Betätigung deutlich zunimmt, scheint er sich über diesen Punkt beklagen geworden zu sein. Der Essay muss weltanschaulich verknappen, um zum Ende zu kommen. Der Roman muss dies aber gerade in weltanschaulicher Hinsicht nicht. Man sieht das zum Beispiel an dem Essay Versuch über das Theater. Das ist der längste Essay, den Thomas Mann überhaupt hingeschrieben hat. Er ist überhaupt niemals zum Ende gekommen. Heißt auch nur Versuch über das Theater und das war er dann auch. Durch Essayistologie, also das Lesen der Essays und hiermit dann die Romane zu deuten, hat es Thomas Manns Humanismus in der Forschung leichter als in seinem Werk. Denn durch das Deuten im Licht der taghellen unmittelbaren Ziele wird das Schicksal der Helden das Scheitern und Meistern ihres Lebensweg zum Scheitern oder Meistern des zugeschriebenen politisch-sozialen Humanismus. Denn sich der gutwillig zweckhaften Vereinfachung der politisch verantwortlichen Essayistik verdankt. Man guckt also, ob der Humanismus, der in dem Essay versucht wird, sich im Roman gewahrheitet. Logikzentrische Wissenschaft, gepaart mit pädagogisch-humanistischem Optimismus, beißt sich aber letztlich am Kunstrieb, dessen summereine Macht, das Überflüssige zu erschaffen, sich bereits am Kern der rationalen Zweckorientierung entzieht. Wer so ein Kunstwerk taghell unmittelbare Ziele verlangt, den kann man mit Shakespeare raten, ihr mögt so gut hintreten auf den Schrand, die Flut von ihrer Hütte sich senken heißen. Er mögt so gut den Wolf zur Rede stellen, warum er um das Lamm das Mutterschaf lässt klagen. Der Versuch, den Kult der Unteren ans Tageslicht der Vernunft zu holen, betrügt die Tradition schließlich um ihre Kultur. Der italienische Philosoph Giorgio Argan hat in die Zeit, die bleibt, auf ihren einen interessanten Umstand hingewiesen. Das Wort Tradition steht nicht nur mit Trabere, Bewahren im engen Zusammenhang, sondern auch mit Tradieren, Verraten, Verleugnen. Kulturgeschichte wird unter diesem Blickwinkel zur Pathologiegeschichte des Verdrängten. Es sind mit Giorgio Argan, Robert Faller und natürlich Peter Soderdijk nicht die unbedeutenden Zeitgenossen, die diesen Aspekt der Kulturgeschichte gegenwärtig immer wieder betonen. Es ist bezeichnend, dass auch Thomas Mann einen Blick für diese Janusköpfigkeit hatte. Der Aspekt des Traditionsbegriffs, der sich von Tradieren, Verraten, Verfemen, Verleugnen her speist, trägt bei Mann den Namen Zivilisation, die der Kultur insoweit entgegensteht, als dass diese, also die Kultur, auch die irrationalen Mächte, die Triebe, den Kult der Unteren beinhaltet. Zivilisation hingegen ist Logos, Geist um jeden Preis, Politik, Ökonomie. Zivilisation ist die zweckorientierte Ökonomisierung von allem und jedem. Am Anfang des Todes in Venedig treffen wir Aschenbach in einer Schaffenskrise, die aber mehr ist als eine Unterbrechung der Arbeit am Werk. Mehr als eine Pause, die in einer Reise an den Lido gipfelt. Aschenbachs Spaziergang nach dem Mittagessen im Englischen Garten von München ist für den Schriftsteller so zentral wie Fausts Osterspaziergang. Parallel hierzu hat Werder Friksen in seinem Aufsatz Fausts Tod in Venedig hingewiesen, auf dem er, Aschenbach wie Faust, treffen den schwarzen Pudel Mekistum. Denn Aschenbach und Faust sind beides Enttäuschte des Logozentrismus der akademischen Tradition. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, kommentiert Faust aus diesem Grund den ersten Satz des Evangeliums nach dem Platoniker Johannes, En Arche, En Paul Logos, am Anfang war das Wort. Aschenbach imaginiert vor seinem geistigen Auge eine üppige Trogenlandschaft mit, Zitat, geilen Farbenbewucher, feucht, üppig, ungeheuer und mit haarigen Palmschäften. Es ist eine stark sexualisierte Landschaft. Das Geilen der Pflanzen steht der asketischen Würde und Schränke der Literatur Aschenbachs gegenüber. Betont die Forschung meist die Todessymbolik und somit die Untergangsthematik des ersten Kapitels wie ja überhaupt der gesamten Novelle, so wird hier übersehen, dass Aschenbach die äußere Welt unter dem Aspekt des Überflusses erfährt, gegen den Schränke, Würde und Form als Zeichen des Mangels und der Verknappung stehen. So wie die Rüstbarkeiten, denen sich die Münchner im Englischen Garten im ersten Kapitel hingeben, unökonomische Chiffren des Verzehrs des produzierten Überschusses sind, so ist auch die sexualisierte geile Natur hier ein Symbol für den Überschuss, die rauschhafte Energie der Schöpfung. So offenbar hat die von Aschenbach imaginierte Totenlandschaft auch des Pudels gern. Ich zitiere, er sah zwischen den knotigen Rohrstämmen des Bambusdickigs die Lichter eines kauernden Tigers funkeln und fühlte sein Herz kochen vor Entsetzen und rätselhaftem Verlangen. Der Tiger ist als Raubkatze Sinnbild des Dionysischen. Jedoch, dass explizit die Lichter des Tigers, also seine Augen, erwähnt werden, verweist auf Billion Blakes Gedicht Der Tiger, wo es heißt, in welch Himmeln ungeheuer brannte deine Augen Feuer, wessen Flügel, wessen Hand wagten sich an diesen Brand. Als der Sterne des Speer herab, Tränen unserem Himmel gab, hat vollbracht er es und bedacht, dass er Lamm und dich gemacht. Das lyrische Ich steht angesichts der Schöpfung des Tigers vor einem Rätsel. Wenn es Gott im Akt der Schöpfung um das Erschaffen einer paradiesischen Welt ging, wie konnte er dann Lamm und Tiger erschaffen? Bereits vor der Vertreibung aus dem Paradies stimmt hier etwas nicht. Denn dem Akt der Schöpfung selbst ist bereits das Lamm, das Arknus Dei, das Opfer eingeschrieben, da die Sanftmut des Lammes zum himmlischen Feuer und zum göttlichen Furor des Tigers nicht passen kann. Dafür Thomas Mann, die endgültige Wiederentdeckung des Gottes Dionysos durch Friedrich Nietzsche ist ja vorher schon bei Hölderlin zu finden. Manfred Frank hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben. Bei Surkamp ist das erhältlich, der kommende Gott. Dafür Thomas Mann, die endgültige Wiederentdeckung des Gottes Dionysos durch Friedrich Nietzsche von zentraler Bedeutung ist, werde ich im Folgenden das Dionysische zum Platonismus ins Verhältnis setzen. 1908 schreibt Rainer Maria Wilke der neuen Gedichte anderer Teil. Das erste Gedicht bringt gleich das Prinzip der Wechselwirkung der Kunstgötter Apollo und Dionysos, wie Nietzsche sie in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik beschreibt, auf den Punkt. Der Ascharche Torso Apollos, ein Marmorumpf, dessen Arme und dessen Haupt längst verwittert sind und der Jahrtausende in Erderhüte trägt nach wie vor den göttlichen Rausch des Gottes Dionysos in sich. Ich zitiere, wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augen Äpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in den sein Schauen nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Buch der Brust dich blenden und dem leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zollung trug. Sonst stünde dieser Stein und stellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Rauchtierfälle und breche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Dieser Torso des Gottes Apollos ist das Gegenteil von Aschenbachs Kunst. Zerstüggelt, zertrümmert ist die Form, die Würde und Schlänge beinahe zu nichts geworden. De facto steht ein Stein entstellt und kurz, der keine Zeugung trägt vor dem Betrachter. Aber auch dieser Trümmer noch trägt vom göttlichen Rausch Christus Dionysos, aus dessen musikalischen Geist der Künstler einst vor vielen Jahrhunderten die Form aus dem Marmor bemeißelt hat. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Der große Appell des Kunstwerks richtet sich an das Leben des Rezipienten. Man muss ästhetisch empfänglich sein, um zu begreifen, dass Ästhetizismus gerade kein Symptom der Weltverleugnung und der Lebensfeindschaft ist. Ebenso verhält es sich mit Wagners Tristan, der als, Zitat, Inbegriff wagnerscher Dekadenz nach wie vor durch die Thomas Mann Forschung begeistert. In Wahrheit legt der Hörer des Tristan, wie Nietzsche es nennt, Zitat, sein Ohr an die Herzkammer des Weltwillens. Dieser Weltwille ist später bei Nietzsche als Wille zu machen, das Gegenteil von Dekadenz. Das schwache, moderne Individuum kann sich von der Kunst und selbst noch vom zertrümmerten Torso berichten lassen, dass es zwar lebt, aber noch keinen Anteil an der rauschhaften Fülle des Lebens hat. Aus dem antiken Griechenland muss die frohe Botschaft das andere Evangelium herüberklingen, dass es ein besseres Leben als das Deine gibt, ein Leben, für das es sich zu leben lohnt. Im Rekurs auf Nietzsche trifft sich an diesem Punkt die Unvereinbarkeit oder die unüberblickbare Distanz von Eros und platonischer Liebe, Realität und Idealismus, von gesunder Antike und krankem Christentum. Denn Nietzsche diagnostiziert nicht nur die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, sondern auch die Geburt der Dekadenz aus dem Geiste des europäischen Logozentrismus. Und der erste Vertreter dieser Dekadenz ist der Sokrates Platons bei Nietzsche. Nietzsches philologische Wiederentdeckung des Dionysos traf die akademische Tradition in Marken teil. Peter Schroderberg ging dies wie folgt in der Lenker auf der Bühne auf den Punkt, Zitat, Plötzlich war das Griechentum kein teuer Stile mehr für normalistische Selbststilisierung und kein Garant für civiles Maß und bildungsirgerliche Serenität. Nietzsche überwindet das Winkelmann-Bild der Antike von dem würde ja so sehr angetan und begeistert werden. Die Ephigenie verdankt sich ja hier im Haus, kann man ja so gut sprechen. Die Ephigenie verdankt sich ja dem Griechenland-Bild Winkelmanns und die Nietzsche ändert was. Das hat natürlich den Lehrstuhl in Basel auch gleich gekostet. Der Inbegriff der geistigen Antike Platon samt seiner Ideenlehre also die Vorstellung also der Inbegriff der geistigen Antike Platon samt seiner Ideenlehre also die Vorstellung dass die von uns geschaute reale Welt nur Schein ist ein von uns wahrgenommener Schatten der nur auf das Reich der Ideen verweist und in dem das Gute das Schöne das Wahre unveränderlich und ewig sind diese Ideenlehre als erste Lehre vom Jenseits wurde von Nietzsche als Verfallssyndrom eingeschätzt als Niedergang der griechischen Hochkultur. So urteilt Nietzsche über Sokrates Zitat Sokrates war ein Missverständnis die ganze Besserungsmoral war ein Missverständnis auch die christliche das grellste Tageslicht die Vernünftigkeit um jeden Preis das Leben hell, kalt, vorsichtig, bewusst ohne Instinkt im Widerstand gegen Instinkte war selbst nur eine Krankheit eine andere Krankheit und durchaus kein Rückweg zur Tugend zur Gesundheit zum Glück. Ende des Zitats. Mit Blick auf den verfehlten Eros der akademischen Tradition offenbart sich hier dass Nietzsche die Sublimierung für eine Krankheit erhält. Diese Krankheit ist, wenn man es überschritt sagen kann für den Tod in Venedig zentraler als die allgemein bekannte Koller sagt. 1907 kommt zum ersten Mal von dir zu Strafe dass sich die Geburt der abendländischen Akademie und somit die Pädagogik der Päderastie verdankt. Diese Erkenntnis wurde bis um die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wieder verleugnet. Die griechische Elite und somit die Wiege der Philosophie und aller Wissenschaft überhaupt war homo und disexuell und es kam zwischen den Gesprächspartnern zum sexuellen Vollzug. Die Ideen der Sublimierung der Triebssphäre die Beberplate finden also die Ansicht dass die erotische Sehnsucht nur ein Vehikel zum Reich der Ideen in dem das Gute und das Schöne und somit das Wahre an sich zu finden sind. Diese Ansicht teilte nur eine winzige geistige Elite Athens und sie schaffte es nicht populär oder überhaupt auch nur anerkannt zu werden in griechischen Kreisen. Die geistige Geschichte des Abendlands wäre völlig anders verlaufen wenn nicht zwei nihilistische Weltanschauungen aufeinander getroffen wären. Nihilistisch bezeichnet hier im Rekurs auf Nietzsche der dieser Aufpassung Schopenhauer verdankt nicht das Abschreiten jeden höheren Wertes jeder transzendentalen Moral so verwenden wir in der Regel das Wort Nihilismus dieser Nihilismus ist eine wirkungsmächtige und einleuchtende Erfindung der russischen Literatur durch die Figur des Basarov aus Turgenevst Peter und Söhne und das sind später im Großen und Ganzen die Helden Dostoyevskis die von diesem Nihilismus geprägt sind. Nihilismus meint in unserem Zusammenhang ganz im Gegensatz zum Fehlen unumschlöslicher Normen eine Negierung des diesseitigen Lebens zugunsten einer höherwertigen Transzendenz derart das letztlich nur noch das transzendente Leben das Jenseits das entscheidende Leben ist. Dieser Nihilismus steht für Nietzsche an der Eingangstür zur akademischen Tradition in dem er die letzten Worte des Sokrates auf abenteuerliche aber durchaus plausible Weise deutet O Kryton tu Asclepio O Phylumem Electrione O Kryton wir sind Asclepios einen Hahn schuldig. Der sterbende Sokrates ist der Auffassung sein Freund Kryton sollte dem Arzt ein Opfertier bringen weil weil er den Tod als die Heilung von jener Krankheit empfindet die für ihn das Leben darstellt. Bei Kürkegaard ist später noch das Leben die Krankheit zum Tode. Durch Rückkopplung an die platonischen Ideenleine aber ist nicht nur Sokrates eigenes individuelle Leben eine Krankheit sondern da es jetzt mit der unschärblichen Seele hinauf geht zum wahren guten Unschönen und nicht mehr hinab in den traurig tristen Hades ist der Tod die Wiedergutmachung eines schweren Fehltritts den die Geburt bedeutete das Eintreten in eine Welt des Scheins die nichts gibt. Das hat Thomas Gutenburg im Frühwerk in der Schopenhau leist hatte genau diese Erkenntnis ist im Kern genau das gleiche was Schopenhauer sagt. Allein dieser eine Gedanke hat es geschafft aus einer Katakombensekte eine Weltreligion zu machen und die intellektuelle und akademische Unterfütterung die das Christentum durch Paulus und Johannes die griechisch Gebildeten erfährt wäre das Christentum das geblieben was es in seinem Kern ist. Der befremdlich esoterische Glaube dass Gott fleisch geworden und dass man zum eigenen Seelenheil diesen Leichnam einmal wöchentlich verspeist. Ein derart verschobener Gedanke der für die Juden ein unabzittliches Ärgernis und für die Griechen und Römer eine Torheit war hätte andernfalls niemals Weltkarriere antreten können. Die Idee dass das Jenseits dem Diesseits vorzuziehen ist und die sich beim Platon einer Akt der Vergeißigung verdankt fällt massenwirksam erst dann auf einen fruchtbaren Boden wenn es plausibel erscheint dass das Leben schlecht ist und diese Einsicht liegt für den römisch-christlichen Sklaven unmittelbar mehr als für den in einer Hochkultur integrierten Römer der sich weitestgehend seines Lebens freuen kann. Daher Nietzsches Diktum die christliche Ethik sei Sklaven moral. Das Christentum entspricht für Nietzsche ein wirkungsrechtiges System in dem das was das schlechte Leben lebenswert machen kann die Lust und der Stolz unter dem Diktum der Schuld stehen. Von den sieben Todsünden richten sich vier gegen das Erotische zwei gegen den Stolz einer der Zorn verbietet das Aufbegehren gegen die realen Machtverhältnisse die nichts anderes bedeuteten in den letzten 2000 Jahren die meiste Zeit als dass in christlicher Tradition die Masse vom Luxus ausgeschlossen ist. Auch Platon kam auf die Spur der Ideenlehre erst als 404 vor Christus endgültig Athen und Teleponesischen Krieg gegen Sparta erlag. Erst im Verlust von Hochkultur oder war einem die eigene Religion den lustvollen Zugang zu Kultur und Welt versagt erträumt man sich Paradiese Ideologien wir kennen das derzeit 70 Jungfrauen und dritte Reiche Nietzsche stellt nicht perspektivisch die bestehenden Ethiken infrage das ist nicht der Ansatz der seine epochende machende Dimension erfasst die Epochee der Einschnitt den Nietzsche bedeutet verdankt sich der Tatsache dass er den abendländischen Begriff der Ethik nach Christus also moralisch tegeres Leben in den vorplattungslichen Begriff der griechischen Ethik die Lehre vom guten Leben zurückdreht Nietzsche ist der Denker der ethische Angelegenheiten dieser Diesseits von Verbot und Gebot Belohnung und Strafe denkt im Wesentlichen im Schöpfungsakt übermenschlicher Souveränität und das macht ihn so zentral für Thomas Mann und diese schöpferische Qualität sehen sie übermenschlicher Natur mit unendlichem Tränen in der Figur des Felix Grund aber über den Leben auch all ernst die Antike Ethik ist arsch wie wendig und weit davon entfernt amoralischer Hedonismus zu sein der artische Ethiker ist Artist das Leben ist ein Drahtseil Akt auf des Messers Schneiden denn die Weltgeschicke lenkt für den Griechen nicht ein durch Einheiten von Geboten bestechlicher Gott sondern die unbeschlechtliche vollkommen willkürliche Meura das Schicksal die auch noch über die Götter das letzte Wort hat diese Meura tritt als charmantere kokettere laszivere Göttin Fortuna erst wieder auf seit dem Beginn der Neuzeit Menschen wieder damit anfangen von sich etwas zu halten man sieht an dass eigentlich ein Recht hatte die Götter sind nur im Exil für Thomas Manns poetologische Ästhetik die Verbindung von Mythos und Psychologie ist es somit konsequent dass er die Schnittstelle der abendländischen Kultur und der akademischen Tradition in den Blickpunkt des Todes Venedig rückt auf den ich jetzt zurückkomme falls ich zu weit abgeschweißt sind aber die Grundlagen sind in einer gewissen Weise wichtig der dickig geschaute Tiger löst in Aschenbach ein Verlangen nach Urzuständen aus sowohl nach denen der abendländischen Kultur als auch nach denen des eigenen Sägenhaushalts du sprachst gerade Psychoanalyse die sich da andeutet es war reiselust nichts weiter heißt es im Text das lässt aufhorchen denn natürlich ist es mehr ein Aufruf zur archäologischen Philologie und zur Psychoanalyse ich zitiere eine seltsame Ausweitung seines Innern war ihm ganz überraschend bewusst eine Art schweifender Unruhe ein jugendlich durstiges Verlangen in die Ferne ein Gefühl so lebhaft so neu oder doch so längst entwöhnt und verlernt dass er die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden gefesselt stehen blieb um die Empfindungen auf Wesen und Ziel hin zu prüfen auch hier verweist Aschenbachs Schweifen durch den englischen Garten auf Fausts Osterspaziergang wenn sich bei beiden Helden Reiserust manifestiert Faust sagt zu seinem Begleiter und Farnungswagler betrachte wie in Abendsonnenglut die grün umgegenden Hütten schimmern sie rückt und weicht der Tag ist überlebt dort eilt sie hin und fördert neues Leben wo das kein Flügel mich vom Boden hebt ihr nach und immer nach zu schweben zwei Seelen wohnen als acht in meiner Brust die eine will sich von der anderen trennen die eine hält in der bei Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den gefillten hoher Wahlen durch diesen Verweis wird Aschenbachs Reise zur Kontrafaktur des faustischen Seelenausschwungs der natürlich auch im Licht der akademischen Tradition beziehungsweise der platonischen Tradition steht nicht sollen ihn bebreitete Arme heben sondern auf dem Rücken sind die Hände gefesselt sein Blick sieht nicht voll Sehnsucht die Sonne scheiden sondern sein Blick ist auf den Boden gerichtet er wird die gegenseitige Reise antreten die die Faust im zweiten Teil der Tragödie antritt die Reise zu den Müttern zur symbolischen Unterwelt Venerich wie du es weißt Wer dieser Antritt diese Reise auch als Gastrop im Zauberberg unterdrängt diese Reise in den Schnee auf Flügelschuhen wie Mercurius dem kann man mit Mephisto nachfragen neugierig bin ich ob er wiederkommt in diesem Zusammenhang sind auch die fünf sogenannten Todesboten des Todes in Venedig der Gondoliere der Musikant und ähnliche Figuren zu sehen denn sie sind keine Vorboten des nahenden Schicksals Aschenbachs die fünfmal symbolisieren dass der Held sterben wird für diese Information hätte der Titel der Novelle ja gelübt na ich krieg das ohne nicht na ich stelle mich mehr hier oder das ist Mephisto der dahinter sei ne die fünf Todesboten könnten nicht vom nahen Ende des Heldens wenn die Todesboten weil die Befruchtung so heißen wie der Tod in jedermann der den reichen Mann aus den Armen der Gutschaft reißt der Tod ist groß bei Rilke weil er keine Boten hat sie sind Figurationen des Hermes Psychopompos der ja nicht die Lebenden abholt um sie in den Tod zu geleiten sondern der die Seelen der bereits gestorbenen durch das Schattenreich führt Venedig als symbolische Unterwelt so gesehen wäre Aschenbach zu Beginn der Novelle bereits tot und das ist er auch und zwar durch die Formschwänge seiner Kunst die Form die später Zauberwerke als Überform bezeichnet wird Der leitende Arzt im Sanatorium der Juwialen Hof Rehrens bringt es mit Hans Gaston auf die bündige Formel Leben heißt die Form Wagen So ist organisch betrachtet das Leben ein formhaltender Zustand zwischen Verdunstung Ausscheidung Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme ein Zustand des temporären wie es heißt gesitteten Eiweißaustausches diesseits der Verwesung ethisch betrachtet ein Zustand wie es dann im Schneedraum heißt inmitten zwischen Durchgängerei und Vernunft zwischen ein Schwellenort durch das Zwischen ist Leben beides aber was wesentlicher ist und es ist relativ kompliziert es ist beides nicht diese befremdende Legalektik muss man verinnerlichen es geht eben nicht um eine goldene Mitte diese werden als goldene Regeln eben auch wieder Überform und dadurch der Tod das ist das Problem was man beim Werk Thomas Manns hat nach wie vor Aschenbach hat zu Lebzeiten den Tod durch Überform gewählt sein Werk zeichnet sich aus durch Form Schrenge und Würde das Wort Überform das Wort Überform fehlt noch in Manns Vokab und kommt erst im Zauberwerk aufs Tapet seine homosexuelle Neigung hat Aschenbach verdrängt und versucht im Werk zu sublimieren doch ist es aus im englischen Garten steht ein impotenter Christler Aschenbach indem er den Blick vor Reiseantritt zu Boden richtet wendet er ihn ab vom Himmel des göttlichen Lichts dem Reich der Ideen der Vernunft und der ideologischen Aufklärung ein Aschenbach weiß dass er unten fließt er wendet sich der amorphen Erde zu weg von den Begriffen und der symbolischen Ordnung brillanterweise lässt Goethe seinen Faust zu den Hüttern reisen nachdem er die moderne symbolische Ordnung schlechthin in die Welt gesetzt hat das Papier wird was nicht durch Bodenschätze gedeckt ist das erzählt uns der erste Akt vom Faust das Platz das wissen wir heute besser als jede Generation vor uns und auch die reine Sublimierung kennt den Akt des Deckens nicht wer zur amorphen Erde schaut der sieht eben nicht nur in sein eigenes Grab selbst wenn er wie Aschenbach am Münchner Nordfriedhof steht er schaut auch auf Demeter der Mutter allen Lebens der Auto der mit ordnender Kraft und antitätischer Beretsamkeit Abhandlungen von Schränke und Würde im Licht der Begriffe verfasste und taghell unmittelbare Ziele wir erinnern uns als das Zitat über die Essays von Thomas Mann verfolgte richtet seinen Blick an dieser Stelle Vorweiseantritt auf den Kult der Unteren gerade jetzt wo ihn die Schaffenskraft verlassen hat er sieht zu Beginn der Novelle bereits ein dass er nicht ein heiltres Jovis Kind ist kein Sohn des Jupiter dem preußischen Staat die Rolle des großen Repräsentanten zukommt Blöte war in Richtung und Wahl hat er ja immer darauf begiert dass er vom Jupiter abstammt das war ja Thomas Mann hat dann sein Homoskop daher geht auch gefälscht so wie für Thomas Mann und 1871 bereits für Richard Wagner das preußisch-deutsche Reich nicht die Idee der deutschen Kulturnation verwirklicht hat deshalb hat Thomas Mann sich so gefreut dass er Krieg ausbricht so entlast auch Aschenbach die Glorie seiner Kunst wie Preußens Gloria als Morsenschein als Ideologie es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Hans-Rudolf Ager über die Rolle Aschenbachs als Repräsentanten da kann man diesen Gedanken weiterverfolgen es ist diese Ideologie sehr früh erkennt das Thomas Mann man möchte fast an die Repräsentie glauben die die Deutschen im 20. Jahrhundert zu ihren ungangbar großen Abscheulichkeiten hinreißen wird glorifizierter Herrscherwille glorifizierte Kultur glorifizierter Bildungsdaten davon handelt später dann ausführlich der Dr. Faustus die taghell unmittelbaren Ziele können eben zum schlimmsten gebraucht werden das Apollinische in Form seines vollendeten Kunstbaus deshalb war auch der Baustil der Nationalsozialisten der Klassizismus nicht das moralisch und ethisch vollkommen indifferente Dionysische denn die Massenvernichtung und der total politisierte Staat existiert ja nur durch und ausschließlich in der Ordnung die neue Ordnung wird gesetzt indem man über den Ausnahmezustand verfügt wie Karl Schmitt sagt in den Vernichtungslagern weil es eben nicht Dialoglieder des Künstlertums sondern Aschenbachs Arbeitsethos in Abkehr hierzu fallen im vierten Kapitel der Novelle wie der Pferd des Vereins verdrängten Revitalisierung der politischen Potenz Rückkopplung des Apollinischen Anders Dionysische Revision der platonischen Ideenlehre und der Rekors auf den Kult der Unteren mit Eis das ist übrigens eine ganz massive Stelle in dem Film von Lucchino Visconti wenn der Schrank sitzt der Aschenbach da ist er ja Komponist schon wie später der Adria Leverkühne und Dr. Faustus das ist dieses vierte Kapitel auf das ich jetzt eingehen werde in den Musestunden am Schrank betrachtet Aschenbach den nur halb begleiteten Knabentage Zitat die feine Zeichnung der Rippen das Gleichmaß der Brust traten durch die knappe Umrühlung des Rumpfes hervor seine Achselhöhlen waren noch glatt wie bei einer Statue seine Kniekehlen glänzten und ihr bläuliches Geädern ließ seinen Körper wie aus Klagen und Stoffe gebildet erscheinen welch eine Zucht welche Präzision des Gedankens war ausgedrückt in diesem geschreckten und vollkommenen Leib noch wird der Anblick des Knaben beim Neoklassizisten Aschenbach Gedanken an das klassisch humanistische antiken Bild auf eine Alabaster Statue ist ihm der Jüngling der sich Zucht und Präzision des Gedankens verdankt doch der direkt folgende Satz präzisiert Zitat der schränge und reine Wille jedoch der dunkeltätig dies göttliche Bildwerk ans Licht zu treiben vermocht hatte weil er nicht ihm dem Künstler bekannt und vertraut wirkte er nicht auch in ihm der dunkeltätige Wille trieb das Bildwerk ans Licht es ist das Dionysische das im Ursprung sein Wesen trieb und sich in der Wechselwirkung mit dem Apollinischen zur Schönheit vereinte hier schon auch wenn der platonische Dialog des Sokrates mit dem Pfeidors in der Novelle erst folgt ist die Schönheit nicht mehr Abbild des schönen im platonischen Reich der Ideen anders als Form Schrenge und Hürde der bisherigen Werke Aschenbachs die man als Überform wie es im Zauberwerk heißt schon erkennen muss ist der Knabe Tatschuh in seiner Vereinigung von Dionysischem Trieb im kapolinischen Schein der Reizform im Sinne Hans Kastor jene Form für die im Auge Thomas Manns kein Leben ist mit Adorno gesprochen Zitat Nicht ist Schönheit der platonisch reine Beginn sondern geworden in der Absage an das einst gefürchtet und so weil sich das Dionysische wieder in Traschenbachs Leben meldet kann er seine künstlerische Potenz wiedergewinnen Zitat das war der Rausch und unbedenklich ja gierig hieß der alternde Künstler ihn willkommen sein Geist kreiste seine Bildung geriet ins Wallen sein Gedächtnis warf uralte seine Jugend überlieferte und bis dahin niemals von eigenem Feuer belebte Gedanken auf Aschenbach schreibt in den Anblick des Gnaden versunken schreibt in seinem Beisein dieses Kunst im Sinne der Geburter Tragödie aus dem Geiste der Musik denn Zitat Aschenbach verstand nicht ein Wort von dem was Tragö sagte und mochte es das alltäglichste sein es war vollkommener Wohllaut in seinem Ohr so erhut Fremdheit des Knaben Rede zur Musik es ist der Eros die Erregung die Aschenbach schreiben lässt aber es ist nicht der Eros der Philosophen der das Seelengespann nach oben ins Reich der Ideen zieht sondern es ist ein Eros der die Dichterseele wie es dann auch in Thomas Mann also wie es dann auch in Todes Venedig heißt der die Dichterseele ausschweifen lässt es ist der Zitat seltsam zeugende Verkehr des Geistes mit einem Körper eine Art Sublimierungsakt eine Art aber nur dessen zeugende Kraft sich im Kunstwerk manifestiert doch der Künstler der Dichter ist eben kein Philosoph seine Geistlichkeit Vergeistigung genügt nicht aus darf sich er gerade nicht in die impotente Geistlichkeit verlieren weil er nicht zum wahren guten und schönen der platonischen Ontologie vordringen darf wenn er mütterlich und fruchtbar bleiben will er darf eben nicht zum reinen Mann werden deshalb sieht man auch am auf dem Boot wenn er noch wenig fährt diesen verkleideten alten schuligen Kerl ja auch Aschenbach wird zur Frau er wird dadurch aber eben fruchtbar der Künstler kann nur Künstler bleiben wenn er einsieht dass der Fruchtbarkeit der Kreativität und nicht dem Geist die erste Stelle gebührt noch der große Dichter Fürst Goethe wird in Lotte in Weimar im Zeichen der Potenz erwachen frühmorgens wie Zitat in gewaltigem Zustande in hohen Prächten Brachalter so musst du muntrer Greis dich nicht betrüben Vor allem Aschenbachs Zustand nach dem Akt des Schreibens macht deutlich dass es sich hierbei nicht um den rein geistigen Seelenaufschwung des platonischen Eros handelt Als Aschenbach seine Arbeit verwahrte vom Schramm darauf brach fühlte er sich erschöpft ja zerrüttet und ihm war als ob sein Gewissen wie nach einer Ausschweifung klar geführte Das hiermit angesprochene Post Koitus Omna Animal Twiste ist Nach dem Koitus ist jedes Tier traurig zeigt dass der Dichterakt eine Liaison mit dem Kult der Unteren war dem Körper und den Dionysischen Mächten des Vital So hat im vierten Kapitel auch nicht die gewaltige Inspirationsszene das letzte Wort sondern es endet damit dass Haschenbachs eines Abends dem schlaren Tatsche begegnet und er ihn anlächelt Zitat Es war das Lächeln des Narzis Krokett neugierig und leise gequält getört und betörend Der welcher dieses Lächeln enttrangen enteilt damit wie mit einem verhängnisvollen Geschränk sonderbar entrüstete und zärtliche Vermahnungen entrangen sich ihm Du darfst so nicht lächeln Höre man darf so niemandem lächeln Er warf sich auf eine Bank er atmete außer sich den lächlichen Duft der Pflanzen und zurückgelehnt mit hängenden Armen überwältigt und mehrfach von Schauern überlaufen flüsterte er die stehende Formel der Sehnsucht unmöglich hier absurd verworfen lächerlich und heilig doch er würdig auch hier noch ich liebe dich die Egriffenheit Aschenbachs ist derart überwältigend dass das Liebesgeständnis sich aufschwingt zum lyrischen Erguss die einzige Stelle bei Thomas Mann wo es derart lyrisch zugeht es sind zweimal das hier den Ort und die kulturellen Zustände in denen die Päderastie unmöglich absurd verworfen lächerlich ist jedoch alle platonisch akademische Tradition hat es noch nicht geschafft aus uns das zu machen wie Nietzsche es nennt denkende Frösche lächerlich und heilig doch ehrwürdig auch hier der Knabe Taschen dient Aschenbach nicht als ein Hermes der Bote göttlicher Wahrheiten im Licht der Vernunft ist er dient nicht zur Inspiration in dem Sinne dass der begeistert gebildete Geist sich aufschwingt zum hohen Seelenflug der dort oben im Reich der Ideen letzte Verbindlichkeiten und Begriffe für ein integres Leben in Empfang nimmt Aschenbach wird am Lido zum Dichter zum kreativen Menschen aus Fleisch und Blut die Kultur ersetzt wieder die Zivilisation das gelingt nicht durch das was einige Teichteile der Forscher als homoerotische Schwärmerei abtun wollen denn der platonische Seelenflug die große Sublimierung des elitären Kreises um Platon gelingt ja gerade nicht allein die leibhaftige Liebe in ihrer dämonisch göttlichen Qualität lässt Aschenbach wieder zum Dichter und was entscheidender ist zum Menschen werden man wird natürlich entgegenhalten können dass Aschenbach in Venedig vom Tod heimgesucht wird nicht die Kraft hat sich den Versuchungen des Dionysischen das man in Form der Cholera das dann in Form der Cholera schließlich doch sein Leben bedroht und vernichtet entziehen zu können aber der Erzähler macht keinen Held daraus warum Aschenbach hierfür zu schwach ist nicht aus Gründen vermeintlicher Dekadenz sondern Zitat Aschenbach war zur Selbstkritik nicht mehr aufgelegt der Geschmack die geistige Verfassung seiner Jahre Selbstachtung Reife und späte Einfachheit macht ihn nicht geneigt Beweggründe zu zergliedern und zu entscheiden Vor Schrenge und Würde des Apollinischen Kunstwerks da ist seine Glorie nur auf der Ruine der durch Verdrängung vernichteten Seele errichtet hat Sorgen veraschen was Vernichtung durch den Dionysischen Gegenpol Der Tod durch Überform geht über in den Tod durch Unform Eine kurze Phase der Liebe des Lebens und der schöpferlichen Potenz ist Aschenbank auf der Reise durch das Schattenreich des Hades durch diesen Schwellenort aber vergönnt Es wird das Lebenlange Problem im Werk Thomas Mann sein seine Helden den Schwellenort zwischen Überform und Unform Durchgängerei und Vernunft Geist und Leben Seele und Materie suchen zu lassen In dieser Suche aber entwickelt das Werk Thomas Mann einen Humanismus der sich nicht ans Geschwätz verliert Die Schiffre für menschliches Leben ist das Problem und nicht die Lösung Apollinischer Tod durch Überform Dionysischer Tod durch Auflösung Das moderne Subjekt ist seit Nietzsches Ausgrabungen nur noch ein Saum an dem sich die schlimmsten und schönsten Dinge abspielen können So hinschließlich Aschenbach die platonische Lehre noch ein letztes Mal ins Visier Wie ein Besessener eilte dem Knaben Tatschen durch die Straßen Venedigs nach Schleißbedeckt Zerbrochen Zusammenbrechen singt er am Brunnen dort wo sie später noch so gerne Josef aufhält über ihm dann der Mond der Bote zwischen männlicher Vernunft und weiblicher Weltheit und Weisheit am Ort der Tiefe wo es hinabgeht zu den Müttern dort bricht Aschenbach zusammen und referiert wie im Traum und Rausch Traum und Rausch vor sich hin Zitat Siehst du nun wohl dass wir Dichter nicht weise noch würdig sein können dass wir notwendig in die Irre gehen notwendig niederlich und Abenteuer des Gefühls bleiben Die Meisterhaltung unseres Stils ist Lüge und Nageltum unser Ehren Stand und Ruhm eine Posse das Vertrauen der Menge zu uns höchst lächerlich Volks- und Jugenderziehung durch die Kunst ein gewagtes zu verbietendes Unternehmen Ja aus der platonischen Ideenlehre folgt konsequent der von Plato geforderte Schluss die Dichter aus dem Staat zu verbanden denn sein utopischer Staat ist ein Reich der reinen Vernunft Thomas Mann verband im konsequenten Umkehrschluss den Staat der reinen Vernunft die Zivilisation aus dem Reich der Kunst und der Kultur der Dichter ist nicht Außenseiter der Gesellschaft sondern der zivilisatorische Prozess des Diktums der reinen Vernunft der in einer totalen Politisierung das Leben bedroht verfehlt die Realität der Gegebenheiten da sie die Janusköpfigkeit der Schöpfung von Lamm und Tiger im tradierer Aspekt der Tradition verleugnet ich komme zum Schluss Kultur ist für Thomas Mann kein Schluckstück am Anzug oder am Abendkleid des bürgerlichen Lebens oder überhaupt der Gesellschaft in welcher Form sich diese auch immer selbst definieren mag Kultur ist ihm und das machte für mich zum Beispiel reizvoll eine existenzielle Angelegenheit die die tiefsten Schichten menschlichen Seelenlebens betrifft sein Blick und vor allem der in die Psychoraushalte des Erotischen weisen ihn somit als Kulturanthropologen aus der Blick des Kulturanthropologen ist oft der einzig adäquate auf die Gattung Homo sapiens in und durch deren Evolutionsgeschichte die Unterscheidung von Kultur und Natur bereits an ihren Ursprüngen keinen Sinn macht so erklärt sich auch warum Thomas Mannsberg eigentlich keine Künstlerproblematik kennt sondern ausschließlich Lebensproblematik ob Künstler oder nicht seine Helden sind ab dem Tod in Venedig allesamt wie Hans Castorp der Homo dei dies Zitat Josef und seine Brüder Rätselwesen dass unser eigenes natürlich lusthaftes und übernatürlich elendes Dasein in sich schließt und das wie Gregorius der Erwählte im vorletzten Roman mit den Worten aufbricht ich muss fort denn seit ich weiß wer ich nicht bin gilt mir eines nur die Farce nach mir selber die Wissenschaft wer ich bin im Gegensatz zu dieser Fahrt und Reise verkauft die reine Vernunft schon am Ursprung das Leben an dem Tod durch Überform vor diesen Hintergründen wird deutlich der Tod in Venedig markiert nicht den Übergang oder das letzte Werk von frühen Erzählungen und den Buddenbruchs in denen das Scheitern im Vordergrund steht sondern zu Helden die im Leben einen Platz finden Entschuldigung sondern er markiert der Tod in Venedig den ersten Schritt in ein Werk das durch die Engführung von Psychologie und Mythos das Leben zu einem seiltänzerischen Kunststückchen werden lässt da das Subjekt nicht humanitärer Integrität gegenüber steht sondern den wahrscheinlichsten Auflösungen und den plausibelsten Fremdbestimmungen das qualifiziert Thomas Mann auch als einen Autor der klassisch moderne bei Musil Bruce Joyce nichts anderes finden als genau das der Eros gehört wie Liebe zu den Dingen der menschlichen Existenz deren eventuelle Schrecklichkeit man nur um den hohen Preis zählen kann dass sie ihre definitive Schönheit verlieren weit davon entfernt als Grieche in Horcalaus das Schöne und Gute zu sehen ist Zitat Ilke das Schöne nichts als das schreckliche anfangen den wir noch eben ertragen diese Zumutung gehört wahrscheinlich zum Leben dazu und kann den Subjekten die sich noch als aufgeklärt begreifen auch zugemutet werden damit derzeit 100 Jahre nach dem Tod in Venedig und vor allem auch in nächster Zukunft die zweckorientierte Ökonomisierung von allem und jedem die Thomas Mann in den Betrachtungen eines unpolitischen kritisiert hat etwa auch die Ökonomisierung der Hochschule und somit der akademischen Tradition des weiteren die totale Verstaatlichung des Lebens durch Biopolitik sowie die leichtgärtige Abgabe von Freiheiten um für diese lediglich suggerierte Sicherheiten in Empfang zu nehmen weil mir dies alles wahrscheinlicher erscheint als Aschenbachs Übergang in Zitat verheißungsvoll ungeheure möchte ich am Ende das dionysische Raubtier den geschauten Tiger in Aschenbachs Vision im zivilisierten Zustand seiner Zähnung zitieren Rilkes der Panther Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden dass er nichts mehr hält Ihm ist als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte der sich im einer kleinsten Kreise dreht ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte in der betäubt ein großer Wille steht Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf dann geht ein Bild hinein die durch der Glieder angespannte Stimme und hört im Herzen auf zu sein Ich danke Sie Ja Lieber Frank Vielen Dank für diesen wie soll ich sagen universellen Vortrag Ich frage Sie zunächst ob Sie Fragen haben oder Anmerkungen widersprechen wollen ob Sie recht Frauen würde ich wohl eben dann würde wenn du wieder auftauchst ich würde gerne noch mal zu der Überform Form und ja dann dem Verlust der Form noch mal auf das Sprechen kommen Du hast ja gerade gesagt dass eben Aschenbach nicht der Schriftsteller ist der jetzt da spazieren geht fragt jetzt mal so ein bisschen in das Jahr und er beschafft ihn weiß nicht ein und aus Todes anzeigen mehr oder weniger deutest also nicht als Vorworten des Todes sondern eben schon als Zeichen oder Aschenbach Bereich auch tot ist im Sinne des Künstlers habe ich gesagt im Sinne des Künstlers ja wobei das Künstlerproblem ein Lebensproblem ist ja natürlich weil Thomas Mann das Künstlerproblem das Lebensproblem das kann man so sagen und dieser Tod diese Impotenz als Künstler die dann eben auch die Impotenz des Lebens ist das kommt eben durch die Überform das kommt durch die Überform ja das ist Nachteil Zauber ja und diese ich würde nochmal gerne wissen wie ist dieser Moment wie entsteht dieser kurze Moment zwischen dieser Überform und dem Auflösen der Form also wie ist das genau die Durchgängerei Ja das ist ein Punkt Hans Gastrop findet diesen Punkt auch und denkt über diesen Punkt da ein Zwischenbereich zwischen Leben also Leben in dem Sinne dass es eine Schwelle ist zwischen Überform und Unform den kann ich aber nicht das ist auch das Rätsel gelöst warum Hans Gastrop sich seinen Traum nicht merken kann wenn ich den bann ist es vorn dann ist der verloren also die Aporie ist schwer als man glaubt in der gewissen bei Josef hast du nie Probleme mit Top gesegnet ja naja verstehe ist dann richtig dass das Künstler in dem Moment in dem man Form in der Ordnung stattfindet sich aufgibt dass überhaupt die Form gar nicht in der Flieger zu überlegen ist ja des Werkes ja ja wenn Form zu überform wird das ist bei Thomas Mann natürlich fällt der Tod in Benedig jetzt wieder gerade in dem Bereich wo er sich über die Begriffe nicht klar geworden ist und die das Zauberberg wird dieser Gedanke der Überform erfasst und genauer ausgeführt mit Nafta und in Spanien herrscht ja die Überform während im Osten die Auflösung herrscht und dadurch hat Thomas Mann jetzt der Aschenbach ist ja dann schon tot ja aber du hast natürlich das auf der anderen Seite genau das gleiche bei Adrian Leverkühn dessen Komposition extrem schräg sind allesamt aus zwölf Tönen bestehen letzten Endes ursprünglich aus fünf Schiff und in Form also in Form Raus und Über Form in diesem Wechselbereich entsteht immer das Werk das Werk selber hat Form aber das muss Form haben genau aber das ist dann auch so weg es geht um den Akt weil den Künstler interessiert ja der Akt des Schreibens der Akt des Kunst Erschaffens dann hat der Künstler ja diese übermenschliche Souveränität mit 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 dionysischen wie Nietzsche es darstellen würde wenn das Werk dann fertig ist der Roman hat natürlich eine Form das ist ganz klar das ist wie bei der Sexualität wenn der Rausch da zuschlägt der Roman ist dann letzten Endes das gezeugte Kind natürlich hat das Form um das zu verbinden ja weil es da ist ein Form Problem zu Form zu ja 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 zu genau sehen die ist die und die ist etwas kurzer sagen Es ist ja so, dass Herr Thomas mit der Raschenbach in Venedig für den physischen Arnie liegt. Die breite Existenz, die ich richtig brauche. Ich sehe einen gleichen Prakturismus bei Thomas Massen. Der hat über ein paar Jahre um mit neun Sekunden oder kurz nach neun Sekunden gekauft. Das heißt, er müsste die tiefen Existenz in Nietzsche schon gekoordert werden. Er müsste aber schon etwas wissen von den physischen Arnie. Müsste er ja schon wissen, ja. Aber das ist ja typisch, das Wort Richard Rath. Das taucht nicht auf. Das ist typisch für Thomas Mann. Das ist ja immer so, wie Gerdes. Leider ist man nicht sichtbar, weil er sich dieser neuen Form, Thomas Mann träumt wieder 1911 am Lido, selbst davon, ein Neoklassizist zu werden, der sich von Richard Wagner abwendet. Und drei Wochen später fängt er an, den Tod in Venedig zu schreiben. Und dieser Plan wird da schon in den Tod geschickt mit Aschenbach. Also die Idee selbst, Thomas Manns Neoklassizist zu werden, wird da verabschiedet. Gleichzeitig, und das ist das Lustige jetzt an der Novelle, wird Thomas Mann durch den Tod in Venedig zu dem, was wir heute dann einen Klassiker nennen würden. Also hochkördlich schizophren. Er wird zum Repräsentanten der deutschen Kultur durch das Werk, was den Repräsentanten, ja, der Werbe nicht verwecken lässt. Aber so ist das ja auch. Genau, aber es kommt auch gleichzeitig das Wort tradieren von Tradition. Und das heißt verraten. Der Traditor ist der Verräter. Im Italienischen auch, ja. Na, es ist nicht meine Funktionierung. Ja, da muss ich doch genau recherchieren lassen. Aber Agapen hat das so, dann habe ich die Kröte mal geschluckt. Ich hatte den zitiert. Ja, ja, aber es gibt also diese, in der Tradition gibt es tatsächlich das, es ist zu beobachten. Tim Lörke hatte jetzt auch eine sehr schöne Dissertation geschrieben über die Verteidigung der Kultur, Mythos und Musik als Medien der Gegenmoderne. Wo er auch davon ausgeht, dass es eine Zuschreibung von Seiten des Bildungsbürgerlichen gibt im Umgang vor allen Dingen mit Goethes Faust. Und der hat mit dem, was drin steht, eigentlich nichts zu tun. Und wenn man jetzt sagt, Faust hat mit der Tradition, mit der deutschen Kultur, der deutschen Tradition etwas zu tun, dann ist ja hier etwas von Verraten des eigentlichen Inhalts doch immer am Werk. Das hat ja auch dazu, was du gesagt hattest, das ist ja einfach eine Tendenz, die ist ja auch nicht neu in der Vorstellung. Und Thomas Mann hat sich dann natürlich sehr stark an, er hat sich geschrieben. Da muss sie sich zu allem äußern. Und da hat sich zu allem geäußert, eben diese Tendenz, so richtig dann das Romanwerk mit den Essays eben auch zu deuten. Und was ja dann im Prinzip auch dazu führt, dass so ein bisschen Verrat am Werk ist, sodass du das auch... Das würde ich unterschreiben, ja. Also man sucht nach, man guckt, ob das, was in den Essays so schön klingt, erst das Beispiel ist der Zauberwerk und dann Sintervini plötzlich die gleiche Figur wie Thomas Mann sein soll, bei vielen Forschern, weil plötzlich gesehen wird, ja, der schreibt aber hier über Goethe und Tolstoi. Jetzt gucken wir es auch mal, ahaha, Lodovico Sintervini ist ja eigentlich Würde und Tolstoi. Und mit dem Roman hat das eigentlich ja dann nichts mehr zu tun. Weil die Widersprüche des Romans, die Figur des Würgens zum Beispiel in der Poetik des Romans, Bedeutung des Romans kaum Beachtung finden. Da war Reed der Erste, der da genauer aufgeschaut hat. Ja, ich weiß nicht genau, warum wir das anbieten, die Novelle in Guinea nicht anzusiedeln, denn in Guinea steht ja an der Physik schon, wie wir auf allem in der Novelle, das ist ja der Stelle, und der Aschen, glaube ich, vom Wagen zurückkommt, wie wir auf dem Rettung, da sehen wir auch so einen etwas verfallenen Palast, und da heißt es, dass Brutalden über Morsches Geheuer hängt. Das heißt, dass die Wahl von Venebis, der letztlich schon auf dieses Verscheißenbrief in Deutschland, sowieso nicht am Anfang, wie der Fremde leider der Aussicht, das ist ja der Grund, der Tod ist, denn auf vielen Jahren hat der Walter Jens, das soll, schon darauf hingewiesen, dass dieser Fremde, der Andermann, mit dem überkreuzten Bein von dem Wanderstaat, genau der Darstellung der Gestricht, die Lässigen sich beäußert hat, und die Alten nicht. Die Alten nicht, genau, der Genius, der Gott. Das heißt, von Anfang an, nicht nur mit der Götidensfriedigung, steht das ja für den Zeichen des Verfalls und des Todes. Naja, selbstverständlich, es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja eine Hadesfahrt, auch in meiner Deutung, ganz klar. Nur es ist eben kein zu bedauernder Tod, oder es ist auch kein regressiver Tod, wie immer wieder, es gibt ja die Tendenz in der Thomas-Mann-Forschung, immer wieder die regressiven Momente des Frühwerks, von dem Optimistischen, nenne ich es jetzt einfach mal, der Einfachheit halber, des Spätwerts abzugrenzen. Ganz massiv, Josef ist dann derjenige, der verwirklicht, was Hans sich beträumt hat. Ob das stimmt, muss Frau Albert entscheiden, weil sie ihre Dissertationen überschreibt. Und das stimmt, also bei meinen Dafürhalten stimmt das natürlich so nicht. Es geht mir darum, dass das Dekadente, Dekadente ist ja eigentlich prinzipiell immer nur ein Schimpfwort, gegen Völlerei, Maßlosigkeit, Faulenzerei, gegen protestantische Ethik im Sinne gar nicht was, so kann man es zusammenfassen, ist natürlich schon viel länger. Und dann sagt man natürlich, ja, Aschenbach ist Dekadent, er findet ja im Leben keinen Platz, der stirbt ja. Er hatte ja im Leben einen Platz, sage ich jetzt, als Schriftsteller, als Repräsentant. Am nächsten Tag erfährt die schmerzvoll, erschütterte Welt die Nachricht von seinem Tode. Ich gehe aber davon aus, dass die Venedigfahrt die einzige Befreiung und das einzig Lebenswerte ist, was sein Leben lebenswert macht. Ich glaube, er hätte das ja auch, das, was er dann schreibt, ja auch nie geschrieben, wenn er nicht nach Venedig gefahren wäre. Also er wäre ja im Grunde genommen der gescheiterte Schriftsteller zu kriegen, somit wäre er auch im Leben gescheitert, weil er eben die Kunst alles hilft. Und so scheitert er im Prinzip ja im Leben nicht, dadurch, dass er diese Hadesfahrt macht, also im Grunde genommen, dass er sich dann in Unformen gibt und schafft, ein Werken eben schafft, wie wir in Ansehung des Knaben. Ja, was da zu hören und dazu natürlich auch passt, ist, dass Thomas Mann dem Aschenbach Werke ins Oeuvre legt, die er allesamt nicht beschrieben hat, die alle um 1910 rum scheitert. Ein Elender, Maja, Friedrich, Oman, all diese Sachen kommen ja raus, schuppdiwupp, und der Aschenbach schreibt, also kannst du ihm ja auch mit dem Wert, was Aschenbach schreibt, nicht sonderlich ernst bleiben, wenn das wirklich Thomas Manns Papierkopf ist. Weil der drei Zeilenplatz und Dr. Faustus und der Felix Göhle, die bleiben ja auch und schreibt nicht liegen, die schreibt der Aschenbach nicht, die schreibt dann aber Thomas Mann. Was für eine Rolle spielt, dass Thomas Mann die Form der Novelle weg muss. Das ist ja kein Erzähl, sondern das ist ein Roman, die relativ ungewöhnlich ist. Während eine Novelle, wenn ich das richtig sehe, doch mehr in Form hat. Ja, das ist klar. Also das ist erstmal aufgebaut, jetzt nicht wie eine Novelle, sondern wie eine fünfaktige Tragödie, gibt es auch Untersuchungen dazu. Dann ist natürlich die Novelle, es war ja der Anreiz, Thomas Manns war ja eigentlich eine Novelle über den alten Goethe zu schreiben, der sich in die junge Ulrike von Levezow verliebt. Das hat Thomas Manns später verworfen, aber das ist wohl der ursprüngliche Plan, nimmt man an zum Tone wenig genau, lässt sich das auch nicht sagen. Und für Goethe war ja nach der berühmten Novellendefinition die Novelle ein unerhörtes, und Sie sehen, das kriegst gar nicht hin, unerhörte Neuigkeit, Begebenheit, unerhörte Begebenheit, das war es. Novelle, Novos, das kommt natürlich schon neu gelaufen, Begebenheit. Und die ist dieser Reise und die Begegnung mit dem Klaventag, deshalb die Form der Novelle, generell natürlich auch der hohe Stil. Herr Todemann Hedisch ist ja mal, das er gemerkt beim Vorlesen auch, er ist ja sehr pathetisch, sehr schuldig auch. Das ist ein klassischer Text, der eigentlich in die Zeit fast gar nicht mehr gehört wird. Es war ja in der Zeit auch üblich, dass die weiße Erzählung als Novelle in der Frage stellen würde. Und Thomas Mann, wurde mir da gefragt, was er von Beruf macht, er wäre Novellist, heißt es. So dass also viele, was wir heute als Erzählung bezeichnen, damals auch als Umwelte bezeichnen wurden. Geben Sie das noch weiter, aber alle Merkungen? Ich finde es interessant, dass der Thomas Mann ja, in dem ich auch noch ganz zu echt und wenn es noch der Verfalle ist, das Tod steigert, er selber aber, also in der 25 Jahre, da wird die Wünschebuch, die vorher ganz verboten, die Katernale zusammenhalten, oder zusammenhalten, soll, die Fächer, liebe den, oder liebe die beliebte Stadt, die er sah, die er seit der Zeit, also der sie nicht gesehen hatte, das war doch auch so, dass Thomas Mann es dieser Stadt galt. Na ja, Thomas Mann, der war natürlich auch so ein Typ, der steht so auf dem Fall, also das ist so ein bisschen sein ästhetisches Merkmal, Wasser, kommt ja auch von der Trabe, das prägt, da hat er sich immer wohlgefühlt, obwohl er sich in München, wahrscheinlich würde er heißer, aber jetzt sagen, wohlgefühlt hat. Das kann ich nicht entscheiden. Es kommt natürlich, das wichtigste Motiv bei Venedig, ist natürlich immer, Richard Wagners Tod in Venedig, 1883, das war ein ganz zentrales Ereignis für Thomas Mann, weil er ja auch nach den Wagners Spuren für sich eine neue Kunst entdecken muss und will, deshalb beziehen sich diese Schriftstellerfiguren immer wieder auf Richard Wagner, Adrian Leverküge, was all diese Sachen. Im Zauberwerk wird Wagner nicht ein einziges Mal erwähnt, Vagé formulierte das mal mit den Worten, ja er schweigt, aber er ist ein Schweigen handelte von Richard Wagner, das bezieht sich auch, sie schwiegen ein Stück des Weges, aber ihr Schweigen handelte von Nacht an, das ist die berühmte Stelle. Aber er hat das wichtigste, Zauberwerk kommt an Arie, von Richard Wagner, am ersten Bauchhaft, den Herr Castro sich da zum Herrn zu kaufen, die so viel vorlagt, ja, ja, genau. Denn die wirklichen, wer in diesem Wicht und Kreise die Schriftstellerin Häuser und der Frieden auf uns oder an den Tischten und die schafft es nicht, das hat Vagé untersucht, die schafft es nicht, unter die fünf Lieblingsplatten von Hans Castor zu kommen, weil es hierbei um die Sublimierung geht. Und Sublimierung ist nicht mehr die Sache von Hans Castor. Der hat Sublimierung gar nicht mehr möglich, bei dem darf zum Vollzug kommen, was sich bei Aschenbach noch nicht gehört. Heute im Übrigen, das hat man jungen Studenten heutzutage die Novelle liest, die sind relativ entsetzt, wäre meine Wahrnehmung. Ich bin das beim Ersten. Lassen wir das mal. Ich bin das für uns im Raum steckt. Doch, das war der Schlusspunkt. Ich denke, dass ich meine Meinung zu sagen. Ach, ich bin das für euch von der Erden. Ich dachte, das war der Schlusspunkt. Ja, wir bitten uns jetzt quasi dann im thiolybischen Teil. Wir werden ein Bier prinken gehen, im Nagel gegen das Mirschchen. Das ist natürlich wieder alle Einladen mitgekommen. Und auch weiter, bis mal Freier zu diskutieren. Ich danke nochmal. Ich danke nochmal. Und ich möchte Sie auf den nächsten Termin hinweisen. Unsere Gesellschaft beglückt. Am laufenden Band. Am 26. September ist unsere nächste Veranstaltung. Das ist eigentlich ein netter Themenabend. Er wird nicht hier stattfinden, sondern in der Blackbox in der Altstadt, im Filmmuseum. Dort wird einen Vortrag erhalten von Herrn Dr. Stier-Stuhr-Winkel zur Verfilmung von den beiden der Fiedemann. Am Schluss werden wir den Filmgemeinde anschauen. Und danach wird es noch eine Diskussion mit Professor Görner nehmen. Wer hat das D-Buch zu diesem Film geschrieben? Sie sind herzlich dazu eingeladen. Und wenn Sie dann sind Sie das auch. Vielen Dank. Vielen Dank.